WUAH! What the fuck? Scheiße! Hallöchen meine lieben Zuschauer. Wir spielen heute eine kleine Runde WIG. Ein Spiel, was sehr, sehr komisch ist. Wir wurden ausgesetzt, bzw. wir müssen eine Mutprobe machen für unsere Freunde. Ausgesetzt in einem Waldstück, wo ein Haus niedergewandt sein soll. Damals, die Kinder irgendwie auch umgekommen. Auf jeden Fall geht es darum zu überleben. Und das werden wir doch mal tun. Mehr verrate ich nicht. Guckt es euch mal an, das ist ein einfacher Gruselschocker hier. So. Ja. Okay, Mitternacht. Es geht los. Okay. Boah. Hebe diese Katze auf. Was steht denn da? Stay in the light. Okay, wir sollen im Licht bleiben. Oh Gott. Oh Gott. Don't think run. Denke nicht an Rennen. Okay. Oh je, oh je. Was da blinkt sind übrigens die Kerzen. Oh, ich krieg gar Gänsehaut. Ich hab das Spiel gestern Abend mal kurz angezockt. Oh, was ist das? Oh, ich krieg übers Gänsehaut bei dem Spiel. Wirklich, wieso nicht. Warum? Oh Gott. 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 Alter! Nein! Boah! Ihr müsst das Spiel mal abends spielen, Leute, ey! Ohne Scheiß! Das kostet nicht viel! 5 Euro, ey! Man merkt es nicht, aber das Spiel ist wirklich heftig! Weil es hier auf den Kopfhörer noch extrem... WTF?! Weil es nicht noch extrem laut ist! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Geh weg! Ich kann nicht mehr rennen! Ist er weg? Ich will mich nicht umdrehen! Boah! Alter! Da hat man sich so konzentriert! Ich will nicht! Wir müssen auf jeden Fall eine Nacht überleben, ja? Oh, da ist was! Eine Katze! Sehr gut! Und mach ein, mach ein, mach ein! WAAAH! Was war das? Was? Ich kann nicht mehr rennen! Ich kann nicht mehr rennen! Ich kann nicht mehr rennen! Komm schon! Seil! Ich will nicht mehr rennen! Ich bin nicht mehr rennen! Ich kann nicht mehr rennen! Ich bin nicht mehr rennen! Das ist nicht mehr rennen! Hm Boah, ich kriege Urst Gänsehaut Urst Gänsehaut, man konzentriert sich einfach nur noch Das ist schweineheiß, Leute War da gerade was? Oh Gott Okay, hier haben wir anscheinend angefangen Oder? Jupp, die Karte ist nicht sonderlich groß Oh 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 crap Holy shit Holy shit Ah Alter Ist das krank, ey Ist das krank, das Spiel Hahaha Ich schreie rum wie die Obermuschi, ey Das ist jahrig Boah, Gott, Leute Okay, wenn es euch gefallen ist, lasst ein Däubchen da oder ein Abo Ich wollte mich riesig drauf freuen Das soll es erstmal gewesen sein von dem Spiel übrig Bis dahin, ich bin raus Ciao, euer Flosch Ich bin raus Ich bin raus